im johann das andere mit Level das andere mit Level 17 verdammt aber ich weiß, es geht auch noch schnell locker außer da eher mit den aber ihr seid aber ihr seid Level 17 das geht schon oh das sind Level 18 Strikes oder? ja, das einige was man nervigst sind sind die, wo die drei Spakus kommen welcher ist es denn? wir machen die zuerst das ich würde lieber den das Staubpalast oder sie müssen sich die drei Spakus zuerst machen ich würde lieber der erste für die andere machen das ist für den anderen so ein Palast muss das sein ja, das sind doch beides Level 18 Strikes ja, aber da eine dort eine geht nicht so geht nicht so schwer wieso also, den meinst du? keine Ahnung ich weiß es ich weiß es gucken, machen scheiß drauf muss ich jetzt machen oder nachher ist ja scheißegal mach alles mal sowieso ja, also der hier ist der große Dicke der Dicke der Dicke wir stehen im Krieg mit den Kabalen auf dem Mars wir stehen im Krieg mit den Kabalen auf dem Mars also lasst uns ihr Kommando eliminieren einen nach dem anderen yeah Valus Torg soweit ich weiß befehligt er die Belagerungstänzer aus einem imperialen Landpanzer vor Rubicon er ist gut geschützt aber mit dem richtigen Team können wir die Verteidigung ganz gut, dass wir das machen dann erledigen wir das Biest und holen uns Freistatt ja, das ist einer ja, da ist der letzte dann ist es quasi vorbei außer der Wade und bis wir den machen, das dauert die Woche hast du eine Wade? nein, wir haben leider kein Follower Sound ja, das ist aber schön absolut, das gefällt uns dass du uns gefollowed hast Follower Sound? oh cool, guck mal, ne Dings ne Bums ne 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 hä? wie heißt denn? Event Event, genau wer hat denn das fortgesucht? ne Dings, ne Bums was? ja, da muss man das Fliegel ich hab was machen welches? was da rumtanzt wo übers Event Symbols ist wir sind hier? hier, das Ding kannst du fahren ey, guck mal, hat schon sehr gut ey, ich guck mal servus ich quitsch mich mal hier durch ja, pass auf der hat es in sich, wenn er knallt nicht ich mach ey, ey, ey ey, die geht halt ordentlich, du ja, tot sehr gute Arbeit du, wollen, du Abstendenten-Energie er hat sich in die Gedanken ok, wir müssen sich hier rein, ne äh geist einsetzen für was denn hier jetzt mal geist ja hier nochmal mit dem dicken da der dicken ok verbindung steht wir können ihn und seine garte finden blut blut der panzer kommt ja jetzt ne da ist aber nicht so nicht so schwer wie ich hab's versucht die ganze zeit ruhig zu behalten das crazy nicht weißt was für ein gegner ist und jetzt saß du es so voll gerade raus ich hab's nicht wirklich mitgekriegt von daher passt schon blut woher ich bin hier im Weg irgendwie ein Problem mit uns die zwei ein Problem wir sind uns gegenseitig im Weg es kann nur einen geben ja weil es so eng hier ist ne oh grüße hui 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 hey was fand das ich hab' ich hab' Gummi gegeben ne also die einem aufs Gas tritt dann richtig ne ich find' die Dinger cool alter wir sollten auf seine lieuten aufpassen aber langhaft verdienen das war schon ganzes ganze stück hast du die schon ja aber es meistens so bei fluggeräten ungelassen waren heißt absteigen hr woher und den vollen mit der 8 2 zwischen großen du meinst um m na ja die werden muss schon mit ihr habt schon der sind die ich jetzt gedacht habe, die dafür sind du meinst du in die Minute in die Ketten, die das, was jetzt ich bin er habe ich betrifft die war eine neue Treppen sind und so ein Scheiß des Wortes hatten wir den Pant jetzt muss ich fragen den Panzer da muss doch noch er wird auch schon nein hatten wir noch nicht ja was ist damit naja jetzt hast du es noch mal gesagt ich habe vorhin nicht als solche ich vorhin nicht mitgekriegt ich musste weil ich jetzt nicht gerafft habe versorgt will weil dann hat man den nämlich schon den riesen wo wir hier unter die Treppen gegangen sind boah alter boah alter naja wenn du es jetzt schon wirst du wirst du dann aber auch dass du unter der auf die Räder schießen das hat beim Panzer ist das doch normal oder eigentlich dachte ich so er hat gedacht wer aufzudenken okay also auf wir laufen, 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 laufen du hast gesagt, aufhören zu denken, deswegen glaube ich jetzt hier folgende Masse okay ich bin tot aber ich bin ja regierter aber auch auch m und tun das sind nicht denn ich schon da noch nicht nicht das muss mir alles noch einrichten wenn das mal genau die die richten ja wenn ich eine frau laut und so dann aber das hört man auch in der aufnahme kannst dir nur hören wenn du auch dings anders ja das kommt aber in der aufnahme auch nur wenn wir das bei uns in die voice mit einbinden sonst was ist ja sowieso nicht also im stream der aufnahme in einem stream aufnahme hörst du das ne wieder der sound kommt ja direkt von twitch net von dir selber naja eben und wir haben ja den stereo mix nicht eingebunden keine ahnung der sound kommt ja normalerweise müssten wird aber normalerweise müssten wir es doch hören ja wir doch mache ich aber nicht oder hörst du wenn dich jemand verlaut ich habe ja doch nichts eingestellt ich habe es ja doch ein bisschen wieder neuer sound irgendwo im hintergrund aber wird verrückt waren und auch wenn ich jedes mal abonniert und so ja gut so kommt ja nicht vor aber rennen ja du dreckst du da sind ich wieder 3 2 ja der 50 hier unten rein hier nach meinen super ausbereit cool meinung ich wollte nur aufheben gute nachrichten alle vier liefern sind hier wir könnten seine gesamte gare erwischen ok dieses scheiß ding das sind noch mal fahrzeuge online-panzer typi also hat die scheißegal also die fahrzeuge weil die gegner gerade ich will so ja ich meine er hat den typi da da stirbt aber auch nicht ein schuss alter wenn ganzes fahrzeug im arsch und ich inklusive kommen das dahin ich bin irgendwie jetzt bin ich wieder weg hallo darf ich wieder aufsteigen dankeschön jetzt hat mein fahrzeug komplett zerlegt zu inclusive oh du Dreck du Boah Danke für die Blumen Hä? Hey Tromm von Jerry Der will aber auch nicht sterben. Alter, der hält da wo raus. Du sollst sterben. Einer ist schon tot. Der unten war. Der da oben, der sich irgendwie verbunkert hat. Der Arsch. Der Arsch. Arsch wie geil. Ach so, man kann auch... Das wusste ich auch nicht. Man kann auch drüber fahren auf die Teile. Mann, warum kommst du da nicht rein? So. Die sind weg. Aber nicht im Häuschen. Nee, die sind aus dem Häuschen. Also sind das doch die drei. Also doch nicht der... Nee. Nee, 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 nee. Ach komm. Ach komm, hier ist doch Schwachsinn. Der Daumen versteckt der sich da drin. Das ist ein weicher. Ja, einer von der Waffen. Oh nein. Ich schmeißen eine Granate und dem entfällt der Typo. Der ging mir jetzt auf den Sack. Tut mir leid. Was war jetzt? Pff, hat's gemacht. Wie? Das ist das Flackschiff. Flackschiff? Wo? Da boom. Lass mich die Waffen. Eine. Ja. Wo ist die nächste? wir können der Kiesel die Stoßung waren mit Superbord plattgemacht jetzt ist er komplett hin noch bin ich gut bewaffnet aber wenn Raumschiff macht schon die die wenn die Städte sie schon die Geräusche macht es nicht auf er hat den schon ich glaube ich steck mal lieber aus ich glaube das ist besser so als wir ausstecken die Granaten haben den Rest die gehen auch gut ist doch gemein kommt schon wieder die ich bin runtergefallen irgendwo hin aber ich weiß nicht wohin hier bin ich ja verpisst euch doch mal ihr Schweinchen was bist du denn für ein Schweinchen oh da hab ich den auch Martha Bela Bela wir mussten abschiefen die verbunkern die sich wieder da unten drin es ist doch tot stopp 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 so nur jetzt ist er oben drin ich tot wieder da auch was die verbunkern ach ich bin so ein idiotischer Doppelsprung vergessen warte 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 äh da 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 aber für die Hersteller geht mir vorhanden verabschieden ok 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 der Rottin der Versteller Stift fast weg Ok, der wird leer vielleicht bin ich ja noch irgendwo Muni Muni kriegt man so der Eing ist weg und da am drau Alter. Super bereifend. Aber nicht zu Fuß. Dazu ist er zu schnell. Ich brauche halt schwere Muni, weil das ist ja Raketenwerfer, ne? Wollte ich denn jetzt? Ja, so Lider-Munitionskisten. Da müssen wir hier oben. Ist das blau, ist ein Kamm oder bin ich doof? Hier oben ist zum Beispiel bei mir. Er ist in einem Panzer. Was ist bei dir? Ja, für crazy, da ist ja schwere Munition. Bei mir hier oben. Oben? Bist du? Ja. Ja, aber ich komm hoch. Wo mit dem Turm drüber? Nee, Eva liegt es bei mir. Ich weiß nicht, ob es bei dir angezeigt wird. Oh, ich bin ein Arsch. Da auch neben der Kontrolle. Wie dem Arsch. Nee, das ist Spezial-Munition. Nee, das wird wieder Munition. Ah, hallo. Ja. Die siehst du doch nur. Die Munition siehst du doch nur. Blu. Die Munition, die ich hier sehe. Was du siehst. Das ist Spezial-Munition, also grüne. Du siehst, das sieht noch lange nicht der Herr Bumm. Das hast du mir mal erklärt. Ja, jeder kriegt was anderes. Genauso wie mit den komischen Engrammen, die Onkel kriegt. Die wir wieder nicht kriegen. Jeder kriegt da auch was anderes. Das ist ja nicht. Boah, Mann. Als. Haben wir jetzt alle drei einen abgekriegt. Ja, wo wir uns. Weil wer da ja ver... Zusammen ist drin. Was aber gut, dass das direkt hier war. Das hab ich aber super. Ich sag' jeder woanders hin. Wo wir uns irgendwo verbunkern können. Ja, besser ist das. Aber wo? Das ist die Frage. Hier ist ein Felsen. Hier könnte man sich gut verbunkern. Links und rechts. Oh oh. Panzer schießt, Panzer schießt. Mach niemand was so. Oh, tot. Hm. Wo bist du? Ähm. Ja, genau da. Wo bist du? Ja, genau da. Ey, wenn du rakiert und fliegen. So, jetzt ist hier... So, tot. So, Panzer, 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 Panzer. Autsch, mich hat's ungerollt. So, Onkel ist der Letzte. Wiss, 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 wiss. Ja, ich hab ja gesagt, ich bin tot. Und dann ist der Kredi gefallen. Dann ist der Kredi gefallen. Komm. Komm. Na komm, lauf doch... Ey, ich bin nicht anstrengend. Ey, spring doch. Aber ich springste nicht. Och nein. Alter. Jetzt zerrecken wir schon am Panzer. Naja, das ist ein Panzer, ne? Also... Das ist nicht irgendwie so ein kleiner Lastwagen oder so? Das ist ein Panzer. Oh. Ist ein Bobbycar. Oh, ne, wie ist das? Der ist in einem Panzer. Äh. Alter, boah. Mal verwechseln hier. Hm. Fuck, jetzt hab ich meinen. Scheiße. Popschutz. Mein Popschutz verbrennen. Nein, ich bin tot. Wieder mal. So. Wow. Puh. Alter. Komm schon. Scheißvieh. Scheißding. Komm schon, komm schon. Wow. Ah, ich bin tot. Ich bin der einzige, der aus der Distanz schießt anscheinend. Der Blue schwebt und tot. Blue ist tot. Ich lebe. Ich lebe. Hm. Drei Minuten. Was? Drei Minuten? Was? Drei Minuten? Ja. Mehr geb ich dir nicht. Achso, lebst du noch? Irgendeiner ist gerade gefallen. Wow. Ich bin doch weggesprungen. Drei Minuten. Ich bin extra weggesprungen, Alter. Hallo. Bei dem brauchst du nicht weggesprungen. Da sind so Dinger, ey. Ich sehe mich noch irgendwelche coolen Sachen, Uhr. Ich schießt, er will schießen, er will schießen. Ich geh schnell hin auf mein Lieblingswelsen. Hier ist so ein großes Feld. Ein Lüter ist der Fall. Alter war's. Na, ich komm. Zack. Für mich immer noch ein Rätsel, wie der Panzer überhaupt da reinschießen konnte, aber ja. Ja, das geht mir ja genauso. Der schießt. Ich hab den Panzer egal. Ich mein, der ist ein Panzer. Oh, der Goliath ist da. Ja, ein Bein ist ab, oder? Nein, doch nicht. Ein Bein? Ach so, du meinst ein... Ein, ein... Einzelding. Ich kann das in so einen Film aufhören. Ich weiß nicht, was du meinst. Uuuuhhhhhh. Cool. Er müsste sich ja nicht eigentlich großartig bewegen können, aber... äh, ja, er kann's doch. Wow! Boah, das war knapp. Ich geh schon mit Absicht beim Crazy weg. weil wenn ich beim Präzis gehe, dann ist es meines Tod ich bin tot, jetzt müsst ihr aber warten, ich glaube bis hierhin bis dahin komme ich ja auf alle, allemal achso, na klar wie war das? ich bleibe hier schön hinter meinem Film Dritt Digg Dritt Digg Dritt Digg Trotter nachladen Und die Gäste wird gefährt, wohl King mich hat Nein, tot! Voll weggewext. Warum schrei ich denn immer so? Ich liebe wieder. Das frage ich mich auch. Ich lebe. Crazy, hau lieber ab. Crazy, hau lieber ab. Was fragst du dich auch? Wie immer schreist. Crazy, bleib einfach hier hinterm Felsen. Ich geh den Onkel holen. Ja, mach ich auch immer. Ich bin auch immer hier. Bleib hinten im Felsen, mach nix. Mach nix. Was bist du für einer? Einer, der Rettungszwang spielt. Wie, wie. Ja, bleib hinten im Felsen, mach nix. Nö, das geht nicht. Nee, du kannst jetzt drauf, weil ich bin. Das ist so, krankwärts kaputt. Ja, wir hatten Platten. Ja, du musst jetzt von dir aus, du musst die brennenden Sinne nicht die kaputten. Ja, ich weiß. Der ist doch gleich mal schnell. Boah, Schwierdut. Okay, krankwärts kommt. Super. Da rutsch drauf. Schul, hat ja nicht viel abgezogen. Wow, scheiße. Ich sehe das Ding anfliegen. Ich springe noch schnell, aber es hat mich noch erwischt. Macht ihr den fertig? Komm, wir sind gleich. Komm, wir sind gleich. Die Lüge. Du scheiß jetzt mal auf mich. Der ist doch eh gleich Matsch. Ah, okay. Fällig. Und jetzt? Nein. Der Dunkel ist tot. Soviel zum Thema scheiß auf mich. Ja, lass mich aber jetzt liegen. Das liegt genau unter dem Panzer. Der Panzer kann nicht mal. Jetzt komme ich, du scheiß Panzer. Ja, der Marsch. Oder? Nee, noch nicht. Nee, aber gleich. Der ist ja gleich, der Marsch. Alter, Alter, Alter. Oh, er schießt, er schießt, er schießt, er schießt. Nee, er schießt doch nicht. Hä? Der konnte mich gar nicht treffen. Alter, wo ich hingeflogen bin. Genau vorm Panzer. Genau vorm Füß. Na, wo die Füße bin ich hingeflogen. Alter, er leckt mich. Nö. Wo ist er? Panzer? Hallo? Wo bist du? Hallo? Den kann man nicht übersehen. Da. Ja, verteilt euch wieder. Er ist weg. Yeah. Okay. Jetzt holen wir uns drauf. Der Panzer war ja bloß der erste Dings. Ach, stimmt ja. Ja, die Vorhut. Was? Ja, es war nur die Vorhut. Der Endpost kommt noch. Also kommt jetzt doch der, den ich dachte. Ja, der ganz große. Im Thronsaal, wenn man so sieht. Oder in der Halle. Der wird heftig. Der Panzer war ja dritt. Ja, da gibt's ja die Treppen. Ja, links und rechts. Der Panzer war ja schon. Kannst du dich unter die Treppen verstecken, wirst du? Jefalls, danke. Hau ab. Bleib weg. Ich bin direkt beim Panzer. Boah, egal. Boah, egal. Der Panzer war ja jetzt schon heftiger Geld. Ja, ich war ein bisschen lebensmüde. Okay, sieh das mit den Fahnen, aber noch, oder? Ja, Kunde, wow. Was mache ich denn mit Absicht immer? So ist es ja nicht. Kalt der Königin, ja. Oh, Big Macs. Ah, Big Mac, hast du das. Oh, da ist ein Riesenvieh. Ein Koloss. Big Mac. Nee, nicht Big Mac, Koloss. Oh, dann ist ein Big Tasty. Ja, jetzt riecht Matsch. So. Oh, jetzt muss mal ein Schiff rein. Weil ich mich nicht irrt. Erstmal hier, ne? Oh, die ist so weg. Oh, ne, die ist schon wieder. Ja, auf die Füße. Oder wenn das Schild wegnimmt. Na, der nimmt dann zu schnell weg. Auf die Füße oder auf die freie Hand, dann nimmt er das Schild. Dann gab es ja nicht noch eine Kiste oder so. Super. Ich habe super. Ist das nicht super? Eventuell, vielleicht. Oder ein Geist oder irgendwas. Was war denn hier? Ich sehe nichts. Hüpft mal auf die Kisten hier. Ich glaube, hier irgendwo war ein Geist. Nämlich nicht alles täuscht. Aber hier oben oder irgendwo war ein Geist. Hier ist nüchst. Ich sehe keinen. Ich sehe keinen Geist, also. Das würde ich nicht auch sehen, aber ich sehe keinen. Nö, wir haben ja nichts angezeigt. Okay. Alter, wir haben ja den übrig gelassen. Oder der ist gespawnt. Oder der war sonst wo. Weil da hinten sind auch wieder welche. Da hinten stehen auch wieder welche rum. Ja, wir müssen ja links dort hoch. Dann, Chef, kann man noch alles absuchen. Aber ja, gestoßen. Aber ich gucke mal, ob ich irgendwelche Upgrades habe. Ja, ich habe Upgrades. Aber da kann ich auch mal gucken. Ne, links hoch war ja einer von der Mission. Dort geht es weiter. Was hieß du, ich habe einen neuen Helm gekriegt. Doch, schieß den auf euch. Autsch. Ja, von hinten. Du hast geschossen, du Arsch. Nee, ich habe nicht geschossen. Nö, er hat den abgeschossen. Der stand aber hinter uns. So. So, jetzt sind wir hier. Jetzt ist wieder Bumm, ne? Boah. Jetzt geht's los. Ach, komm, verreckt doch dran, Alter. Stirb doch mal, du Sackgesicht. Geh doch. Ja, hinter euch. Boah, der hat was fallen gelassen. Ich habe eine neue Waffe. Ich habe ihn mir nicht fallen gelassen. Grüne. Nimm mich. Ja, wie nicht. Alter, was? Äh, hä? Okay, Crazy, wir zeigen dir dann aber auch erst mal die Treppen. Da Treppe. Treppen? Ja, wo denn? Hier im Raum ist es noch nicht. Nee, nee, kommt das noch, Crazy. So, weil das ist auch so. Wir zeigen dir jetzt erst mal die Treppen. Wir zeigen dir dann erst mal die Treppen, habe ich gesagt. Hier in dem Raum ist es. Wo? Waldo. Du spinnst wohl. Glaube nicht. Na, ein Legion, ja. So, hier in dem Raum ist es. Noch eine neue Waffe. Genau, komm mal mit, Crazy, bitte. Bin hinter dir. Ja, schnell, da kommt der auch gleich. Pass auf, du hast zwei Dinger. Einmal steht er hier vorne und dann gehst hier dahinter, hinter die Kisten. Da kannst du von hier aus den Beballern. Hä? Da ist er schon. Du bist ja lustig. Du solltest mich mir folgen, Junge. Wieso nicht denn da? Aber ich war doch da. Oh, tot. Weg ist er schon. Und dann. Das war das nicht. Und dann. Vielen Dank.